Yo, 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 meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier bei Jengis44TV. Ähm, ja, meine Freunde, ich wurde aufmerksam auf dieses Video hier, was mir der ein oder andere Zuschauer zugeschickt hat, ähm, wo der Jannis, äh, Jannis Erkert, äh, Erkert, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ähm, ein Video gemacht hat und ein paar nette Worte an unseren, ja, altbekannten Freund, äh, Philipp Staffa richtet. Ihr wisst, ich hatte früher auch meine Differenzen mit Philipp Staffa, was ich von ihm halte, wisst ihr. Ähm, und, äh, ja, wir hören einfach mal gleich rein, was der, äh, Jannis zu ihm zu sagen hat. Äh, ich stelle hier fest, er hat mittlerweile einen eigenen Kanal. Ich habe damals ja auch mal eine Reaction zu ihm gemacht, ist ja ehemaliger Bandidos-Präsident. Ähm, da hat mich ja auch ganz viele Leute gefragt, ob ich ihn kenne und ob wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Ähm, ich kann mich da nicht erinnern, äh, es ist aber gut möglich, dass wir uns irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, wenn sich denn unsere Zeiten überschnitten haben. Und ich glaube, das haben die sogar. Ähm, das heißt, auf irgendeiner größeren Veranstaltung haben wir uns vielleicht mal kurz die Hände geschüttet. Aber ich kann mich da jetzt so aktiv nicht mehr dran erinnern. Ähm, man darf doch nicht vergessen, äh, der Bandidos-MC zu der Zeit riesen Club, ja, in, in, äh, Deutschland. Und auf größeren Veranstaltungen hast du dann halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du da tausend Leuten die Hand geschüttelt hast, dann, ähm, weißt du ja nicht mehr, ne, dann hast du die Leute ja nicht mehr genau im Blick. Ne, und auch wenn man jetzt sagt, ja, aber der ist ja jetzt hier, hat ja ein bisschen was Markanteres auftreten oder so. Also, ja, ne, auch, äh, auch der Jannis geht dann da in der Masse unter, weil er ist dann nicht der einzige Volltätowierte, ja, oder im Gesicht tätowierte. Das kommt, äh, das kommt in dem Motorrad-Club schon öfter vor. Deswegen kann ich mich wirklich nicht genau dran erinnern. Ähm, ich hab ihn aber noch, äh, von der Reaction als, äh, stabilen, äh, als stabilen Typ in Erinnerung. Und, ähm, ja, die Sympathie, Sympathie hat er, äh, Sympathie hat er ja auf jeden Fall Genossen gehabt, hier auf dem Kanal. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt, was er jetzt da, äh, zu dem Herrn Schlaffer zu äußern hat, ja, gehen wir mal rein hier in die Olga. Also, als allererstes mal vielen, vielen lieben Dank an all diejenigen, die mich abonniert haben. Mittlerweile sind es fast 10.000, natürlich auch an meine anderen Abonnenten. Also an alle, die mich schon abonniert hatten. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall, an dieser Stelle. Irgendwie ist, äh, noch 100, 100.000 mehr werden. Äh, oder 100.000 Mal mehr werden. Und so rum. Äh, wie gesagt, heute Mittag habe ich geschaut, es sind fast 10.000, 20 fehlen noch, soweit ich weiß. Das zeigt mir, dass es natürlich auch möglich ist, Abonnenten zu gewinnen. In etwas längerer Zeit natürlich. Ohne jemanden anzuscheißen, ohne irgendwelche Szenen schlecht zu reden oder Ähnliches. Da komme ich aber gleich noch auf jemanden zu sprechen. Was es Neues gibt, oft werde ich gefragt, oder sehr, sehr viel werde ich gefragt, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Thema? Ja, Anscheißer in der Szene sind ja jetzt nichts Besonderes, ne? Beziehungsweise es ist sogar die Gang und Gäbe, ne? Man muss sagen, immer wenn Leute irgendwie daherkommen aus der Szene, ähm, reden sie alles schlecht und machen alles nieder. Ähm, versuchen irgendwie ein Buch zu verkaufen, wo sie ihren Verrat rechtfertigen wollen. Und, ähm, ja, der übliche Dreck, ne? Sieh unseren, äh, Zwerg hier, unseren Koka-Zwerg aus Rheinhausen, ne? Duisburg. Ähm, das stimmt, man, da fällt der, der Stich der Jannis auch heraus, ne? Ohne mir jetzt, mich hier selber beweihräuchern zu wollen. Aber, ähm, ich bin auch einer der wenigen, neben den Jannis, der da halt nicht die Szene durch den Kakao gezogen hat und schlecht geredet hat, sondern einfach ganz sachlich irgendwie Fakten auf den Tisch gehalten hat, ne? Und so ist das. Das sind die spaßigen Seiten, das sind die nicht ganz so rosigen Seiten, und, und, und. Und ich finde, das ist auch die einzige Art und Weise, wie man damit umgehen sollte, ne? Also, zumindest, weil man keine verbrannte Erde hinterlassen hat. Tierschutzverein. Der Tierschutzverein, nochmal, der besteht. Die Gemeinnützigkeit, die Bescheinigung der Gemeinnützigkeit, die wurde wieder abgelehnt. Dieses Mal habe ich sie mal Anwalt übergeben, weil ich mittlerweile davon ausgehe, dass die Dame vom Finanzamt, ähm, das willkürlich macht. Weil sie, weil ihr meine Nase nicht passt, oder keine Ahnung, meine Vergangenheit, oder ich weiß es nicht, wie gesagt, das habe ich jetzt immer Anwalt übergeben. Ja, das ist der berühmt-berüchtigte Rocker-Bonus, ne, das, äh, wenn man dich halt einmal mit der Szene in Verbindung bringt, dass du halt dein ganzes Leben in verschiedensten Bereichen immer mal wieder deswegen Probleme haben wirst, ne, so wie er jetzt mit dem Tierschutzverein. Weil, auch da, weiß ich nicht, wird man, ich meine, dass die Leute da sich nicht sagen, ey, auch wenn ich den nicht leiden kann, auch wenn ich seinen Werdegang nicht leiden kann, der macht hier aber gerade was Gutes, und deswegen unterstütze ich das. Ne, da sind die Leute so engstehendig und verbittert und keine Ahnung, dass sie selbst solche Sachen boykottieren, aufgrund ihrer, ihrer persönlichen Abneigung, ne. Stimmt, ehrlich. Ach so, äh, falls sich Leute fragen, äh, warum ich hier gerade eine Kapuze aufhabe, äh, meine Haare sehen wieder, äh, unmöglich aus, die müssen mal wieder, müssen schon wieder rasiert werden. Äh, ich brauche eigentlich, ich müsste jede Woche einen Kahlschlag kriegen. Die Dinger wachsen einfach zu schnell. Ihr könnt ihr jetzt natürlich, könnt ihr natürlich hingehen, ein Konto eröffnen, äh, damit ihr Geld spenden könnt. Das will ich allerdings nicht, weil dann kommt das Geld ja nicht wirklich dort an, wo es gebraucht würde, also sprich für die Tierlein, sondern dann geht der Großteil dieser, äh, dieser Geldspende ans Finanzamt. Und da habe ich keinen Bock drauf, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Deswegen warte ich und werde weiterhin... Ja, und zwar, aus welchem Grund? Das, äh, hat nämlich der Kollege Mois in seinem, in einem seiner Videos mal erwähnt, ne, dass sie ja da eine Stiftung oder ein gemeinnütziger Verein oder was war das, eine Stiftung oder sowas wollten die gründen, ähm, wo dann nämlich Spenden zu 100% dahin gehen, wo sie hingehen sollen und nicht erst vorher die Steuer kommt, ne. Das heißt, wenn das dann einfach so über ein Konto läuft, äh, bis die Steuer noch ein Teil des Geldes und wenn es aber direkt über, über, über eine Stiftung läuft oder über so ein, so eine, so eine Wohltätigkeitsgeschichte, äh, ich kenne jetzt gerade den, den juristischen Begriff dafür nicht, aber dann geht das halt, dann geht es halt unversteuert zu 100% direkt an die Tiere. Genauso, äh, es ist ja wie mit, äh, ja, solchen Geschichten für Menschen, ne. Wenn da, ja, wenn halt für Menschen gespendet wird. Mein Gott, ich bin ein bisschen lost, verzeiht mir, ähm, ich, äh, hab auch einen mega trockenen Mund und so, ich bin am Fasten und, ähm, so viel zu reden mit so einem, mit so einem Pappmaul, mit so einem trockenen Mund. Ah, anstrengend. ...kämpfe und ich werde nicht aufgeben, Aufgabe war noch nie eine Option für mich, bis ich diese Bescheinigung hab der Gemeinnützigkeit. Das zudem. Des Weiteren, äh, hab ich noch eine Anzeige bekommen, und zwar, ich weiß nicht, wer von euch alles dieses Video von mir gesehen hat, dieses Trainingsvideo, da hab ich auch mal mit dem Nunchako ein bisschen gemacht. Ich muss dazu sagen, dieses Nunchako, oh man, ja, Nunchako ist auch so ein Ding, äh, hatte ich auch ein uraltes, von, äh, von meinem Vater damals, äh, vererbtes Ding, ähm, und, äh, ja, ich konnte mit dem Nunchako umgehen, ohne mich, äh, selber zu verletzen. Das, äh, äh, hat mir, wird mir damals beigebracht, und, das war auch ein uraltes, selbst zusammengebautes Ding, von meinem, was, was mein Vater in seiner Jugend sich irgendwann mal als 16, 17, 18-Jähriger sich da gebastelt hatte, und lag bei mir Ewigkeiten irgendwie in der Schublade rum, äh, bis halt damals die Polizei, äh, mal reingestürmt ist, ne, und Nunchako ist ja mittlerweile eine Waffe, und, ähm, boah, ja, das hätte auch dann nochmal richtig Ärger geben können, ne, weil, ähm, Drogenbesitz, Drogenfund im Zusammenhang mit einer Waffe, und, äh, dabei total lächerlich, ne, ich hab die Dinger so, so vergessen gehabt, so, also die waren, weißt du, also das Zeug war ganz woanders, und, äh, das Nunchako, das alte Ding, war ganz woanders, ne, also das ist, ähm, ja, es ist, wie es ist, ne, mittlerweile wirst du für jeden, für jeden so einen Dreck, äh, angekackt. ...mittlerweile auch beschlagnahmt von der Polizei, dieses Nunchako bestehend aus einem Karton, also etwas dicker, wie so eine C-Wave schon wegrolle, also der Karton etwas dicker, ummantelt mit einer, mit Schaumgummi, also ein reines Trainingsgerät, was diese... Okay, es ist, aus... Okay, das ist ja dann offensichtlich ein Trainingsgerät, damit kannst du niemanden verletzen, und, da glaube ich dann auch nicht, dass das gegen das Waffengesetz verstößt, du kannst ja auch, von Amazon, habt ihr vielleicht mal gesehen, ihr könnt auch diese ungeschliffenen Butterflies bestellen, ne, das ist dann quasi ein Butterfly mit einer, mit einem abgerundeten, äh, Metall, äh, ja, Rohling, ne, keine Klinge, sondern einfach so ein, ein abgerundeter Metallrohling, womit du auch niemanden verletzen kannst, und, äh, das ist jetzt komplett aus Karton und, und, äh, Schaumstoff, da kann ich mir echt nicht vorstellen, dass das irgendwie gegen das Waffengesetz verstößt, da würde ich gerne mal wissen, was da noch bei rumkommt, könnt mir aber allerdings auch vorstellen, er sieht das Ding trotzdem nie wieder, und, äh, da wird, wird da gar nichts drüber hören, ne, hatte ich auch schon, hatte ich auch schon, ne, die guten Herren durchsuchen deine Karre, finden irgendwie ein Messer, nimm es mit, weil es ihnen gefällt, und, ähm, du hörst da nie wieder was von, von wegen, ey, äh, ja, egal. ...Wohnung nie Verlasser hatte, bevor ich es nicht abgeben musste, bei der Polizei natürlich, dafür, das hat jemand gesehen, von einem Polizist, ein Bulle, oder, von, ähm, keine Ahnung, von was weiß ich wo, ich weiß natürlich woher, ich möchte ihn jetzt aber namentlich hier nicht nennen, nicht, dass ich da auch nochmal Probleme kriege, der hat, äh, hat sich in der Pflicht gefüllt, mich anzuzeigen, wegen unerlauben Waffenbesitz, so lautet jetzt der Vor- der Tat-Vorwurf, auch das habe ich meinem Anwalt übergeben, ähm, da weiß ich nicht, was noch kommt, schauen wir mal, oder? Dann, äh, des Weiteren gibt es noch was Neues, und zwar, das wird den ein oder anderen freuen, natürlich, es wird von dieser Serie im Verhör, also sprich, Spiegel TV, wird es noch einen vierten Teil von mir geben, ich weiß, der ein oder andere wird es denken, um Gottes Willen, und da wurde ich auch dumm gebeten, ey, ich denke jetzt, hast du nicht mal Bock, von dem Jannis, diese Verhörgeschichten dir anzuschauen, und mal da eine Reaction zuzumachen, ich hab die mir noch nicht angeschaut, ähm, noch gar nicht, äh, bin da aber echt neugierig, und wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst ich mich mal hier unter diesem Video in den Kommentaren wissen, ob ich zu diesen Verhörvideos eine Reaction machen soll, oder nicht, ähm, ich hoffe, das geht überhaupt, und dass man da keine Probleme kriegt, wegen, wegen Urheberrecht, äh, Geschichten oder so, das müssen wir vielleicht einfach mal eine Reaction ausprobieren, ähm, ähm, aber, prinzipiell, hätte ich da schon eigentlich Bock drauf, ja. Aber in der Tat, äh, muss das Interesse ja so groß gewesen sein, dass es auch noch einen weiteren, also sprich, einen vierten Teil davon geben wird, wann der kommen wird, keine Ahnung, das weiß ich nicht, aber ich stehe natürlich nach wie vor in Kontakt, mit dem Team von Spiegel TV, also sprich, mit dem Glas, okay, mit dem Glas jetzt im Moment weniger, weil der noch am Buchschreiben ist, sind wir hier so drei Minuten dabei, und ich habe schon so viel gequasselt, ne. Aber mit seinem Vorgesetzten, also das kann ich euch sicher zusagen, es wird noch ein vierter Teil geben, wie gesagt, wann, weiß ich nicht. Dann werde ich jetzt sehr, sehr oft gefragt, beziehungsweise mir werden wieder Links geschickt, vom Herrn Schlaffer, also vom Philipp Schlaffer, ja, von dir, du hättest dich wieder negativ über mich geäußert, in einem deiner Videos, in so einem Nazi-Dingsbums da, keine Ahnung, ich habe es natürlich angeschaut, ich muss dazu sagen, ich schaue oft Videos von dir an, weil im Gegensatz zu dir, stehe ich da dazu, und zwar gibt es da natürlich, dafür natürlich einen Grund. Ich möchte nicht, ihr hier sitzen, irgendeinen Dreck verzapfen, nur weil mir irgendeiner was erzählt hat, nein, ich schaue mir natürlich persönlich an, oft sehr, sehr gerne. auch hier stark von dem Jannis, dass er, obwohl er da ja, was das Internet angeht, jetzt nicht so viel Erfahrung hat, trotzdem lässt er sich hier nicht von, von Leuten in die Irre führen, und sich da unnötig in Streitereien verwickeln, du wisst ja, wie das ist, dann heißt das mal ganz schnell, der hat so und so über dich geredet, und keine Ahnung was, und dann lässt man sich vielleicht verleiten, bevor man was überprüft hat, schon schlecht über den anderen was zurückzusagen, finde ich stark, dass er das hier erst selber überprüft, und da könnten sogar langjährige, langjährige Social-Media-Leute, könnten sich da mal ein Beispiel daneben, wenn wir erstmal selber gucken, ob das denn stimmt mit den Vorwürfen. Manchmal bekomme ich aber auch diesen Würgereiz, den man bekommt, oder wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Fischdosen aus Schweden, ich glaube das ist Schweden, da gibt es einen ekelhaften Fisch, manchmal wenn ich die Smeer-Streaming, oder Ski-Streaming, irgendwie so, ich spreche oder ihn, jetzt spreche ich den Philipp Schlaffer, bekomme ich auch diesen Würgereiz, ich muss dazu sagen, das hat natürlich was damit zu tun, wer mich persönlich kennt, der weiß, dass ich relativ viel esse, und irgendwann muss ich ja mal eine Bremse reingeschlagen werden, und dann schaue ich mir so ein Video von Philipp Schlaffer eben an, also hauptsächlich die Dinger, die mir zugeschickt werdet. Kleiner Seitenlieb an dieser Stelle, wo ich dann namentlich erwähnt werde, ich werde so oft gefragt, was ist das für ein Typ, in deinen Augen, und dann sagt, und das will ich euch jetzt sagen, das ist meine persönliche Meinung, für mich persönlich, ist der Philipp Schlaffer jemand, soll ich sagen, okay, ich sag mal als erstes, ohne dass ich weiß, was der Kollege jetzt sagt, für mich ist der Philipp Schlaffer jemand, der wollte immer gern dabei sein, hat es aber nie hingekriegt, war immer nur irgendwie ein Supporter, ist deswegen beleidigt, und redet deswegen, wie so ein kleines, nörgelndes Kind, die Zähne schlecht, wenn er mal eine Member-Kutte gehabt hätte, dann weiß ich nicht, ob er jetzt noch seinen Sinneswandel so gehabt hätte, es ist glaube ich mehr so, ein Scheitern in der kriminellen Szene, die ihn dazu bewegt hat, ein anständiges Leben jetzt außerhalb der Szene zu führen, ähm, ja und, ein Blender auch Doppelmoral, tut auf, geläutert und so, und ich kaufe ihm die ganze Nummer nicht so ganz ab, wenn du dein Leben lang, wie er auch so straffällig warst und so, das änderst du nicht mal eben so, und ich denke, davon ist noch ganz viel in ihm drin, und ja, sagen wir mal, was der, was der Janus dazu zu sagen hat. Den ich wirklich für sehr, sehr intelligent halte, für mich absolut manipulativ, intrigant natürlich, klar, ja, die, die Attribute unterschreibe ich auch, ja. Wisst ihr, jemand, der über einen Zeitraum hinweg, von über 20 Jahren, aber auch das hatte ich, ja schon mal erwähnt, durchgehend Straftaten begeht, egal ob das in der Nazi-Szene, in der Rocker-Szene, oder was weiß ich, was der noch alles gemacht hat, ähm, war, und dann auf einmal ein heiliges Schein auf den Kopf trägt, ist es für mich einfach nur geheuchelt und gelogen. Die Wahrheit ist, mein Reden, mein Reden, ist, dass dieser Mann, und wie gesagt, das ist, andere Worte, aber mein Reden, ist immer meine persönliche Meinung, die kann ich ja in einem demokratischen Rechtsstaat, davon bist du ja überzeugt, Philipp, dass das hier ein demokratischer Rechtsstaat ist, da herrscht ja Meinungsfreiheit, also kann ich die ja so ganz klar äußern. Meiner persönlichen Meinung nach ist, wie Leute, weiter geht's im Text, wir müssen ein bisschen Gas geben. Du hast versucht, als erstes in der Nazi-Szene massiv Geld zu verdienen, darum geht es dir nämlich. Das ist meine, wie gesagt, persönliche Meinung. Das hat ja relativ gut funktioniert, laut deiner eigenen Aussage, du hast ja richtig Geld verdient, mit dieser Nazi-Mucke, da was du da illegal vertrieben hast, so hatte ich das auf jeden Fall verstanden, dass es nicht ganz legal war. Dann hat dir das nicht mehr gereicht, dann hast du geglaubt, du könntest jetzt hier irgendwie einen Rockerclub gründen, wolltest du natürlich weit über dieses Chapter, was du ja da angeführt hast in Wismar, wolltest du hinaus, wolltest du dich im großen Club anschließen, also sprich Hells Angels. Dort hattest du dich natürlich aufgrund deiner Arroganz in einer Position gesehen, in die du leider nicht gelangt bist. Aufgrund der Tatsache, weil natürlich da viele, viele intelligente Leute sind, die dich wahrscheinlich auch schon durchschaut hatten. Also, hat das nicht funktioniert? Ja, auch bis hier. Mein Reden, andere Worte, aber mein Reden. Und halt hier schon ordentlich aus, gegen den Herrn Schlaffer. Da hast du ein bisschen mit Rotlicht versucht, oder? Auch das hat nicht funktioniert. Oh ja, da kommen so viele daher und versuchen das, und glauben, sie könnten das und dies und jenes. aber haben das, haben einfach kein Händchen dafür. Ich weiß noch, damals, wie, ja, guck mal, ich sag euch das ganz ehrlich, damals im Club war das auch so. Ich hatte damit sehr früh angefangen. Ich war mit 20 da schon in dieser Rotlicht-Geschichte drin. und, ähm, die, es war schon, es war schon ekelhaft von manchen Banditen damals, wie sehr man halt gesehen hat, so, haben die was von dir, sind die auf einmal korrekt und wollen mit dir ein Business starten und, äh, wollen irgendwie Wohnungen vorfinanzieren und hast du nicht gesehen. und hat man, und, und davor, bevor sie das aber auf dem Schirm hatten, dass es bei einem im, äh, im, im, im Rotlicht läuft, war dann noch ein ganz anderes Verhältnis. So viel kälter, abgeklärter, und, und, und. Und dann auf einmal die hören so, der 20-jährige Bängel da, der macht der Kohle in der, in der Geschichte und so. Äh, guck mal, dass wir hier von auch profitieren. Da wurde dann auf einmal, da wurde dann auf einmal kräftig geblout, ne? Kräftig geschleimt. Und letztendlich bist du dann irgendwann mal ins Gefängnis gekommen, für die ganzen, für die dir vorgeworfenen Straftaten. Ich weiß nicht, ob du sie begangen hast oder nicht. Da möchte ich gar nichts, äh, möchte ich gar nicht drüber vorteile. Spielt aber auch keine Rolle. Und da hast du dann gesehen, scheiße, das hier ist Endstation. Nazis wollen nichts mehr mit mir zu tun haben, weil die hast du ja angeschissen. Im Rockerclub habe ich auch nichts mehr verloren. Da komme ich nämlich nicht in diese, da gelange ich nicht in diese Position, in die ich gern gelangt wäre. Also war der letzte Ausweg, jetzt Polizei, um so schnell wie nur möglich wieder aus dem Knast rauszukommen. Also schließe ich mich den Leuten an. Also sprich, ich denke, das sind dann meine Freunde. Ja. Was sagt uns das? Also er hat das sicher sehr, sehr, sehr gut, also Respekt dafür, sehr, sehr gut analysiert. Und genauso sehe ich das auch. Er ist ein reiner Opportunist. Man ist dem Verein am nächsten, der einen gerade am meisten bringt. Und das ist in seinem Fall jetzt gerade Polizei, Rechtsstaat, wie auch immer. Das ist so, das ist schon ziemlich geheuchelt. Wenn ich da Aussagen mache gegen andere Leute und das, das ist deine eigene Aussage, weil dich ja jemand angeblich zuerst angeschissen hat. Auch das kann ich nicht beurteilen. Aber ich habe schon oft gesagt, nur wegen einem Verrat an mir werde ich nicht selbst zum Verräter. Gut, das hast du für dich so entschieden, gut ist. Was für mich aber nicht überhaupt nicht nachvollziehbar ist, du startest irgendwann mit Präventionsarbeiten, also sprich, irgendwelche Jugendlichen abzuhalten davon, sich irgendwelche Nazi-Gruppierungen beziehungsweise auch Rocker-Gruppierungen anzuschließen. Warum? Wenn du das wirklich vorhörst, finde ich das ja ein guter Zug. Das hättest du aber allerdings auch alles machen können, wenn du deine Haftstrafe abgesessen hättest. Also komplett. Wahrscheinlich wäre die Höherausfalle hättest du nicht angeschissen. Für mich ist nicht, nicht nachvollziehbar, wie jemand so einen Weg geht, den kann man ja auch gehen und das versuche ja ich jetzt gerade. Ich versuche es in Bezug mit Kindern, auch mit benachteilten Kindern. Aber jetzt mal ganz im Ernst, solche Jugendlichen haben doch mehr Respekt vor jemandem, so denke ich zumindest. Wenn sie wissen, der Typ hat die Fresse gehalten, der hat dann erkannt, dass es eventuell, eventuell nur der falsche Weg war, den er gegangen ist. Das hat eine Rockerszene zu tun. Ich bin für mich den falschen Weg gegangen. Wie gesagt, das hat nichts mit Clubgehörigkeit zu tun oder sonst irgendwas. Club-Dazugehörigkeit. Jetzt hast du natürlich einen Haufen Abonente, weil in diesem Land ist es nun mal so, oder der Mensch ist, und das ist auch meine persönliche Meinung, nun mal so strukturiert, dass der Großteil der Leute, das ist mein Empfinden, einfach sind wie Schafe. Jetzt kommt jemand wie du, erzählt paar schöne Geschichten, weil, wie gesagt, das hatte ich ja eingangs schon erwähnt, doof bist du mit Sicherheit nicht. Und die Leute feiern dich da dafür. Warum gehst du nicht hin? Erklärst erstens, ja, natürlich schaue ich mir die ganzen Videos vom Johannes oder von den anderen, die ich jetzt hier namentlich nicht nennen möchte, an. Das tust du nämlich, das weiß ich ganz sicher, ohne arrogant und eingewillt zu klingen. Nein, im Gegenteil, du tust dann immer so, als, ach, ich habe die Videos ja nicht, ich schaue mir das ja nicht an. Natürlich schaust du dir das an. Wenn du dir die Zeit nimmst, das Buch vom Perser, der ja artähnlich agiert wie du, oder agiert hatte, bis auf das, dass er bisher noch keinen YouTube-Kanal aufgemacht hat, wenn du die Zeit hast, dieses Buch zu lesen, von dem ich ausgehe, dass der Inhalt deinem Buch entspricht, ich habe beide nicht gelesen, würde ich auch nicht machen, ganz ehrlich, die Zeit hätte ich nicht, mir so einen Dreck reinzutun. Ich habe das eine von Uli, Bad Boy Uli gelesen, das hat mir gereicht, ich gehe davon aus, dass diese zwei ähnlich aufgebaut sind, also die Bücher von euch. Deswegen habe ich so einen Dreck reinzutun, ganz ehrlich, das ist mir viel zu dumm. Ja, das ist auch, das ist auch mehr so für, für Nicht-Szene-Leute einfach, mal wieder so einen, so einen politisch korrekten Eindruck, eben der, was halt der Realität nicht entspricht. Wieso gehst du jetzt noch hin und verurteilst, beziehungsweise schlachtest sämtliche Motorrad-Clubs wie Bandidos, Hells Angels, um das mal namentlich zu nennen, oder Gremium, so dermaßen aus, was haben die Leute denn dir getan? Einfach nur beleidigt, weil du nicht, du kommst mir vor wie so ein kleiner Junge, ganz ehrlich, ein kleiner Junge ist so, Mama, Mama, kann ich den Lolli haben? Nein, den bekommst du jetzt nicht und dann wird das Kind bockig und so kommst du mir vor. Das ist nicht böse gemeint, oder? Vielleicht klärst du mich ja in einem deiner nächsten Videos auf, mir wär's am liebsten, würdest du meinen Namen gar nicht mehr nennen. Du kannst auch scheiße weitererzählen. Ich meine, die Leute, die so leben wie ich oder gelebt haben wie ich, die glauben dir sowieso kein Wort. Diese Leute, die du da unterhältst, da mit deinen ganzen... Das sowieso, das sowieso, ne? soll mal keiner glauben, dass irgendjemand wirklich aus der Szene, ich rede jetzt nicht so von so Hobby, Hobby-Bikern, sondern von von den richtigen Szene-Leuten, da hört sowieso keiner auf den Schlaffer oder feiert irgendwie, was er macht oder so, ne? Das sind und das ist schon ein spezielles Publikum, was er da hat. Geschichten, ich denke, dass die artähnlich strukturiert sind wie du und ich glaube auch nicht, du hast mal erwähnt, du hättest einen Polizist als deinen Freund, ich glaube nicht, dass das wirklich dein Freund ist, also ich glaube nicht, dass er das so empfindet, dass er dein Freund ist und du ja wirklich selber auch nicht. Weil wenn du in dich reinschaust, weil ich bin davon überzeugt, würde heute was artähnliches wie ein Adolf Hitler wieder auf an die Macht kommen, nur um den Namen dich zu nennen. Hoffentlich nicht, Gott sei Dank ist dieses Stück Scheiße verreckt. Aber würde so jemand an die Macht kommen, wärst du und dein Kollege, den du dir da mit ins Boot geholt hast, hier den Nazi-König aus Köln, ich weiß ja den Namen, aber der hat ja bisher noch nicht negativ über mich gesprochen, deswegen lasse ich den jetzt erstmal namentlich weg, wärst du der Erste, der dort aufspringt auf den Zug, da bin ich felsenfest davon überzeugt, davon bin ich felsenfest überzeugt, weil du bist wie eine Fahne im Wind. Wenn es Geld bringen würde, würdest du auch das machen und du übrigens, oder dieses Angebot, was du bei Pro7 machtest, hier Yankee Crime, das hatte ich ja auch, das habe ich natürlich schwarz auf weiß, ich bin ja kein Idiot, sowas behalte ich natürlich auch, habe ich abgelehnt, aufgrund der Tatsache, weil es für mich nach wie vor in Deutschland keinen Rockerkrieg gab und so einen Dreck werde ich natürlich dann auch nicht erinnern. Na gut, da bin ich jetzt das erste Mal anderer Meinung, also wir hatten ja in NRW auf jeden Fall einen Rockerkrieg. Weil du sprichst ja bei jeder kleinen Auseinandersetzung zwischen irgendwelchen zwei Motorradclubs, ist ja für dich sofort ein Krieg oder was ja für mich ein Blödsinn ist. Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken, das musst du ja mit Sicherheit wissen, alles was verboten wird, reizt dir viel mehr zu machen. Also wenn du stehst also wie gesagt, das hatten wir hier in NRW auf jeden Fall. Ständig deinen Jugendlichen oder deiner Community erzählst, dass das alles scheiße ist, was diese Rockerclubs machen, hast du dir schon mal überlegt, dass da einige Jugendliche dabei sind, wo denken, oh das will ich jetzt unbedingt sehen. Verstehst du was ich meine? Jetzt soll es mit dir gewesen sein. Achso, noch ein kleiner Tipp von Tierfreund zu Tierfreund, oder? Vielleicht solltest du in Zukunft weniger besoffen nach Hause kommen, dann verwechselst du nämlich nicht Leckerle für deinen Hund, was für mich ja Kinder sind, behauptest du ja du auch, von dir, dann verwechselst du die Leckerle nicht mit Medikamente und dann wird auch keiner von deinen Hunden sterben müssen oder fast sterben müssen, was für mich sowieso nicht nachvollziehbar ist. Das auch nicht. Wie kann man denn, wenn man so tierlieb ist, wie du ja behauptest von dir selber, wie kann man sich denn ein Haus, du hast ein Haus, ich lebe Okay, das ist hart, das wusste ich nicht. Hat er seinen eigenen Hund vergiftet, aus Versehen? Das ist natürlich weniger prickelnd. Ja, gut, machen wir mal Feierabend hier. Starke Worte von dem Jannis, muss man auf jeden Fall sagen, nämlich 99% gehe ich da mit seiner Meinung mit. Bei Kleinigkeiten bin ich dann anderer Meinung. Aber ja, das soll es dann gewesen sein. Starker Talk und dann gucken wir mal, ob wir uns nicht die Spiegel-TV-Sachen auch mal reinziehen von ihm. In diesem Sinne, bleib geschmeidig. Dir, Jannis, falls du das hier sehen solltest, viel Erfolg weiterhin. Hab dich auf jeden Fall auf dem Schirm und hau rein. Peace. Ich bin draußen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.